Kurz nach Weihnachten hat sich ein tragisches Erdbeben in Kroatien ereignet. Daraufhin gab es in Stuttgart von der kroatischen Gemeinde einen großen Spendenaufruf. Und auch eine Familie aus Eichthal kam dann auf mich zu und hat darum gebeten, dass wir in Eichthal Spenden sammeln, Sachspenden für die Opfer in Kroatien. Daraufhin habe ich in den sozialen Medien den Aufruf gestartet. Wir haben in der Waldenbucherstraße eine Sammelstelle eingerichtet bei der Familie Kacic. Und die kam dann aber erneut nach wenigen Stunden auf mich zu und hat mitgeteilt, dass sehr, sehr viele dem Aufruf gefolgt sind und sehr viele Sachspenden zusammenkamen. Daraufhin haben wir dann über das Radio einen Aufruf gestartet, dass man die Spenden in die Festhalle nach Eich bringen kann. Und auch da sind wir sehr schnell an die Kapazitätsgrenze gestoßen, sodass wir dann im Haus der Freiwilligen Feuerwehr Eichthal eine Anlaufstelle eingerichtet haben. Die Freiwillige Feuerwehr Eichthal hat dann logistisch die Sammelstelle hier eingerichtet, gemeinsam mit den Maltesern. Auch aus der Bevölkerung kamen sehr viele auf uns zu, die helfen wollten, nicht nur gespendet haben, sondern auch wirklich zwei, drei, vier Stunden hier tatkräftig mitgeholfen haben beim Sortieren und Verpacken und Verladen der Sachspenden. Die Spenden kamen nicht nur aus der Bevölkerung, wir haben auch einige Firmen dabei, die gespendet haben. Das DRK von Waldmannsweiler kam hierher zu uns und hat Spenden abgegeben. Die Feuerwehren aus dem Neuwirnertal, aus Notzingen, aus Filterschatz sind zu uns gekommen. Also wir haben eigentlich aus dem gesamten Landkreis Esslingen tatkräftige Unterstützung bekommen. Der Vizepräsident AD vom Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg koordiniert die Hilfe in Kroatien, sodass die Sachspenden auch bedarfsgerecht bei den Betroffenen einkommen. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich für allen Bürgerinnen und Bürgern, für allen Helferinnen und Helfern. Wir haben hier Helfer gehabt von der Stadtverwaltung, die an ihren freien Tagen gekommen sind und mitgeholfen haben. Stadträte haben mitgewirkt. Und ja, ich finde es super, wie die Hilfsorganisation Malteser, DRK und Feuerwehr gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben. Wir waren am Wochenende gemeinsam mit den Kollegen aus dem DRK Ortsheim-Baldmannsweiler und den Kollegen vom Malteser Hilfsdienst Eichthal und Kirchheim in der Erdbebenregion in Kroatien aufs Hilfsgütertransporteinsatz. Von uns waren gemeinsam mit den Maltesern 14 Leute im Einsatz. Von Seiten des DRKs waren wir mit sechs Einsatzkräften vor Ort. Von uns aus waren es vier Fahrzeuge, davon zwei Lastkraftwägen und zwei MTWs, einer davon noch mit Anhängern und Materialbeladen. Losgefahren sind wir am Samstagmorgen, in den frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr, 2 Uhr in Grübingen. Wir haben uns getroffen um 20 Uhr erstmal in Eichthal, sind dann nach Kirchheim gefahren Richtung Magazin des Malteser Hilfsdienstes vor Ort. Wir sind angekommen in Kroatien gegen 16 Uhr nachmittags. Ja, wir sind relativ lange gefahren, dadurch, dass wir erst so gegen 1 Uhr, 2 Uhr losgefahren sind, sind wir mit 16 Uhr Ankunft, wir sind circa 14 Stunden gefahren bis nach Kroatien, bis nach Sisak. Als wir in Kroatien angekommen sind, wurden wir von den Leuten dort freudig empfangen. Teilweise standen die Leute am Straßenrand, haben gewunken, haben teilweise auch geklatscht. Vorbeifahrende Autos haben gehupt, uns nochmal sozusagen mit Fernlicht geblinkt und uns freudig begrüßt tatsächlich. Wir sind dann zur Berufsfeuerwehr nach Sisak gefahren. Dort wurden wir dann empfangen von Vertretern des Feuerwehrverbandes aus Sisak und auch von der dortigen Berufsfeuerwehr. Wir konnten uns erstmal von den Strapazen der Fahrt erholen und haben eine kurze Pause gemacht, wurden auch dann verköstigt durch die Berufsfeuerwehr in Sisak und haben danach, nach einer kurzen Pause, das gesammelte Material in einer Halle abgegeben, in einem Nachbardorf. Ja, das war schon ein bisschen ein beklemmendes Gefühl. Auf der einen Seite kommt man natürlich in dieses Gebiet, um zu helfen, auf der anderen Seite wurden wir auch freudig empfangen und es war ein tatsächlich beklemmendes Gefühl, nochmal in so einen Auslandseinsatz zu gehen, auch teilweise dann schon auf der Hinfahrt beschädigte oder auch tatsächlich schon eingefallene Häuser zu sehen. Das war tatsächlich erstmals kein gutes Gefühl, als man aber gesehen hat, dass man natürlich auch mit dem, was man macht, helfen kann, wurde das Gefühl natürlich deutlich besser. Beim Ausladen wurden wir tatsächlich durch die Bevölkerung unterstützt. Es waren mehr als 20 Helfende dort vor Ort, die uns geholfen haben, in Windeseile die vier Fahrzeuge zu entladen. Nein, gar keinen. Keinerlei Probleme mit den Leuten vor Ort. Im Gegenteil, die waren voll mit Gastfreundschaft, mit Dankbarkeit, haben uns auch nochmal herzlichst gedankt und keinerlei Probleme mit den Leuten vor Ort. Aktuell laufen eventuell schon Planungen, die in diese Richtung hinweisen. Wir versuchen jetzt Kontakt aufzunehmen mit dem Roten Kreuz vor Ort, um nochmal gezielt abzufragen, was für Gegenstände benötigt werden, um dann auch gezielt hier in Deutschland gegebenenfalls sammeln zu können. Es war natürlich eine lange Fahrt. Es war eine aufregende Fahrt. Natürlich, wenn man über mehrere Stunden Auto fährt, vor allem auch dann Lastkraftwagen fährt, ist es immer strapazierend, aber es gab dadurch keine größeren Pazen. Wie gesagt, lediglich der Schneefall in Österreich und Nordschlovenien, der war strapazierend. Dabei waren der DRK Ortswein Beidmannsweiler, der DRK Ortswein Esslingen, der Matthäser Hilfsdienst aus Eichthal und der Matthäser Hilfsdienst aus Kirchheim Tech.